Ha, auch das ist maßgeblich vom Kontext abhängig, weil also grundsätzlich jetzt für jedermann einfach so Infusionen, nee, finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Weil das ist so, wir boosten etwas, von dem wir gar nicht wissen, ob es überhaupt geboostet werden sollte. Mal die Frage ist, was heißt das denn überhaupt? Also ich booste das Immunsystem, was ist das? Also ich kann das gar nicht greifen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, das Immunsystem zu boosten. Ist es vielleicht nicht so, dass es sinnvoller wäre, das Immunsystem zu beruhigen? Ich habe keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ist auch so wie Stoffwechsel, ist eingeschlafen, keine Ahnung, was ist das? Also ich weiß es nicht, ja. Und deswegen für jedermann jetzt einfach random Mikronährstoff, Basis, Basic, hast du nicht gesehen, Infusion, finde ich nicht sinnvoll. Therapeutisch gesehen sind Nährstoffinfusionen sehr sinnvoll. Das funktioniert aber natürlich nur, indem ich eine vorherige Diagnostik habe, weil sonst kann ich auch keine Therapie machen. Weil sonst ist das ja, ich mache irgendwas bei irgendwem, wo ich gar nicht weiß, ob das sinnvoll ist und ich auch nicht das Ziel kenne von der Person. Man kann sehr gut mit hochdosierten Nährstoffinfusionen arbeiten, wie Vitamin C zum Beispiel, ist viel erfahrungsmedizinisch. Ist viel nicht wissenschaftlich belegt bis dato, muss man sagen. Was wir super, super viel machen, und das habe ich in Bonn damals auch schon gemacht, ist Eiseninfusionen. Ist ein Thema, was in der Medizin total verrufen ist. Um Gottes Willen, davon bloß nicht machen, weil unglaublich viele allergische Reaktionen es gibt dazu. Ja, es ist wahrscheinlicher, tatsächlich vom Hai gefressen zu werden, als eine allergische Reaktion darauf zu kriegen. Dann dürfte ich aus Konsequenz auch nicht mehr ins Meer gehen. Ja, ist natürlich was, wo man den Patienten aufklären muss und sagen muss, hey, es besteht das Risiko, absolut eine allergische Reaktion auf eine Eiseninfusion ist nicht schön. Aber wenn ich jemanden habe, der einen absolut niedrigen Eisenspiegel hat oder einen Ferritinspiegel um es genau zu sagen, und derjenige hat maximale Symptome von kommt nicht mehr raus, hat schon depressive Episoden, die Schilddrüse funktioniert nicht mehr, dann will ich nicht dem neun Monate eine Kapsel geben und gucken, dass innerhalb von neun Monaten die Sachen langsam hoch gehen, sondern das Thema schnell erhöhen. Und das ist zum Beispiel was, Eiseninfusion, wenn man es richtig macht, also ich will jetzt nicht sagen, wir sind die Einzigen, die es richtig machen, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber es ist so, wir haben jetzt irgendwie über 3000 Eiseninfusionen, wir haben noch nie eine Nebenwirkung gehabt, außer so ein bisschen Kopfschmerzen. Was aber auch daran liegt, dass die meisten Studien mit einem sehr, sehr alten Präparat gemacht wurden, die man heutzutage eigentlich im besten Fall gar nicht mehr benutzt. Wenn man das mit vernünftigen, modernen Präparaten macht und auch weiß, wie und wann, ist das Nebenwirkungspotenzial verschwindend gering. Aber ja, ich bin bei dir, es gibt ja mittlerweile so Infusionscafés, wo du reingehst und du kannst auf deine Speisekarte aussuchen, wie ich jetzt Immunboost oder Entgiftung oder Mitochondrieninfusion und so. Das ist viel Marketing, aber das ist auch keine Medizin. Das ist so, also Medizin, du hast es jetzt gemerkt und auch die Zuhörer haben es gemerkt, du stellst mir ein Case in den Raum und ich muss erst mal zehn Rückfragen stellen. Das ist der Fall oder das Setting, warum Medizin auch oft so komplex und kompliziert wirkt, was es eigentlich oft gar nicht ist, weil es dann am Ende doch immer wieder die gleichen 20 Szenarien sind. Aber ich brauche diese Rückfragen und ich brauche das Setting, dass ich weiß, wie sehen die Werte aus, wie hat sich was entwickelt, warum hast du was und das hast du in so Infusionscafés halt nicht. Da kommst du ja nicht mit einem Wert rein. Zu uns kannst du nicht einfach kommen und sagen, ich will eine Eiseninfusion. Ja, ich gebe dir keine Eiseninfusion, bevor ich nie weiß, dass du eine Eiseninfusion brauchst. Weil das Schonendere ist am Ende immer ein Nährstoffpräparat zu nehmen oder das über die Ernährung zu regeln. Aber wir wissen bei ganz vielen Nährstoffpräparaten zum Großteil gar nicht, wie die aufgenommen werden. Muss man auch sagen. Die meisten Menschen denken, Medizin ist eine hundertprozentige Wissenschaft. Medizin ist wir machen das zu dem aktuell besten Stand, den wir momentan haben. Der kann in zwei Jahren ein ganz anderer sein und wir sitzen hier in zwei Jahren und ich sage dir, die drei Werte, dir würde ich jetzt eher das, das und das bestimmen, aufgrund dessen, dass wir viel mehr wissen und das ist auch ein riesen cooler Faktor, aber das ist auch ein riesen Problem, weswegen die Menschen immer mehr Vertrauen in Medizin auch verlieren, aufgrund dessen, dass sie gar nicht wissen, wer, also ist das jetzt gerade richtig oder nicht und deswegen bin ich ein total großer Verfechter davon, auch einfach zu sagen, hast du jetzt ganz oft schon gemerkt heute, ich habe gesagt, wir wissen es gar nicht so genau, sondern wir versuchen, das Beste zu machen und das Wichtige ist ja auch nicht, zu sagen, hey, ich weiß jetzt alles und wir machen das immer so, sondern ja auch offen zu sein und zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, dass sich das entwickelt und deswegen bleiben wir ja auf dem modernsten Stand. Deswegen haben wir in der Akademie ein Education, ein Research Team mit Neurowissenschaftlern und Co. von über zehn Leuten, die alle ständig die modernsten Daten lesen und wir das unseren Trainees, unseren Studenten eben wieder beibringen, weil dazu ja eben nicht jeder die Zeit hat. Das Wichtige ist, einfach auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und dann dürfen sich ja Therapien oder Dinge auch weiterentwickeln und ganz selten und wirklich ganz selten und das ist der einfachste Move, jemanden zu enttarnen, der keine Ahnung hat oder auch Therapien zu tarnen, die einfach Quatsch sind. Es gibt kein One-Fits-All. Das gibt's nicht. Egal für was. Nicht für jeden ist eine Kniebeuge die richtige Übung. Ist einfach nicht so. Ich habe Menschen mit langen Beinen, welche mit kurzen. Der eine hat ganz andere Hebelwirkungen als der andere. Also es gibt dieses One-Fits-All nicht und das ist ganz oft so, dass wenn du eine Frage stellst und du kriegst sofort eine schlagartige Antwort mit, ja, das ist ganz einfach, das ist so und so und so und so und puff und fertig. Das ist ganz selten der Fall, dass das so einfach ist und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch nochmal zum Ende anspricht.